Ich habe dieses T-Shirt hier im Internet gefunden und habe mich gefragt, was steht da eigentlich drauf? Ich rechne es mal zusammen mit euch aus. Wir müssen das Integral von 10 bis 13 von der Funktion 2x berechnen. Der erste Schritt liegt dabei immer darin, dass wir die Stammfunktion von 2x berechnen. Stammfunktion von 2x ist x² und die Grenzen bleiben natürlich von 10 bis 13. Als nächstes setzen wir zuerst die obere Grenze in die Stammfunktion ein. Wir rechnen also 13 zum Quadrat und ziehen davon die untere Grenze eingesetzt in die Stammfunktion ab. Also 10 zum Quadrat. 13 zum Quadrat sind 169 und 10 zum Quadrat sind 100. Das Ergebnis davon ist also 69. Keine Ahnung, was das heißen soll. Aber Josef und ich suchen noch ein paar Leute, die eine Sammelbestellung zusammen mit uns machen. Wenn ihr also jemanden kennt, der das T-Shirt auch unbedingt haben möchte, schreibt mal in die Kommentare. Mathe kann jeder, wir wollen es beweisen.